So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokemon Go, beziehungsweise ein Ausbeute-Video zum Community Day Classic mit Feurigel. Ich habe normalerweise ja einen Stream angesetzt gehabt, wieder mal wie jeden. C-Day setze ich einen Stream an von 14 bis 15 Uhr und bin dann eine Stunde unterwegs mit Pupsi. Wir machen unsere Challenge immer, wer fängt das erste Shiny, wer fängt das letzte Shiny, wer fängt die meisten Shinies in der einen Stunde. Das ist immer lustig, das ist spaßig, da ist im Chat immer ein bisschen was los. Die Leute fiebern mit, geben da Feedback oder stellen Fragen. Dieser C-Day war zu krank. Dieser C-Day war zu krank und wer jetzt denkt, was heftige, fette Ausbeute oder sowas erwartet. Nein, ich habe den Stream abgesagt, weil es hat einfach absolut gar nichts gepasst. Die ganze Woche ist man schon unterwegs, rennt rum zum Arzt, zum Kinderarzt mit Jonas, Schnupfen, Husten, Fieber, Ohren entzündet, Hals entzündet, inhalieren. Der quält sich wie die Sau. Fieber mit 40.1 irgendwo reingedrückt bekommen. Zäpfchen in den Po, Mexiko. Richtig brutal. Und irgendwie nimmt es einen selber, nicht nur, dass man schlaflose Nächte hat, wieder mal. Man selber merkt plötzlich auch, die Nase ist zu, der Hals ist zu, alles ist zu, alles kaputt. Du fühlst dich wie ausgekotzt. Du kannst kaum reden, wenn du früh aufstehst. Im Laufe des Tages verbessert sich das. Und ja, da eine Stunde rumzulaufen mit dem Handy in der Öffentlichkeit und es zieht und windet und macht und tut. Und da sie, ey, die ganze Zeit hin und her. Das war mir dann einfach zu viel. Das war mir too much, zu dem Jonas auch die ganze Zeit schon wieder geschlafen hat. Pupsi mit ihm sich gelegt hat. Ich auch keinen Bock hatte, dann alleine loszugehen. Und dann habe ich einfach drauf verzichtet. Ich habe dennoch eine Ausbeute für euch vorbereitet. Ich möchte das trotzdem so machen, wie ich es sonst mache. Ich habe die Levelaufstiege für euch abgescreent, damit die Leute, die aufgestiegen sind, trotzdem hier gezeigt und gewürdigt werden. Ich kann noch was von den Aufgaben abholen. Ich kann euch die einzelnen Schritte von dem Community Day Ticket zeigen. Danke an, pass auf, Danke an Henry Nicky. Der hat mir nämlich das Ticket für diesen C-Day geschenkt. Während ich sonst also drei Stunden unterwegs bin und immer alles fange in der einen Stunde, was mir vor die Flinde kommt, habe ich wirklich nur so viel Feurige jetzt fix gemacht, dass die für die Aufgabe zählen. Ich bin jetzt noch auf der dritten von vierten Seite, weil auf der letzten ist nur Belohnung abholen. Das heißt, ich habe 15 für die erste, 15 für die zweite, 15 für die dritte, wahrscheinlich nur 45 Feurigel gerade gefangen und jetzt direkt ins Ausbeute-Video reingestürzt. So, jetzt gehe ich aber mal kurz rüber und zeige euch, was ich abgescreent habe. Lande fünf gute Würfe, fange 15 Feurigel, verwende zehn Power-Ups bei Pokémon. Und das war die Seite 1. Die habe ich kurz abgescreent. Dann habe ich die Levelaufstiege gemacht. Habe gesehen, ich bin mit Henry Nicky Glücksfreund geworden. Was für ein Zufall. Er hat mir doch das C-Day-Ticket geschenkt. Ist sogar noch glücklich mit mir heute geworden. Dann kamen Levelaufstiege rein. Paps Hegi, beste Freunde. Nidl, Hyperfreunde. Gomji, Hyperfreunde. Das waren, glaube ich, alle, die von selbst geöffnet haben. Viele andere haben nicht geöffnet. Also habe ich dann geöffnet. Das war 14.22 Uhr. VIP, beste Freunde. Wer war das? Dully Squad. Da hat aber auch dran stehen, you can open, weil no egg. Also Dully Squad, beste Freunde ins Backfisch. Beste Freunde, nochmal VIP, beste Freunde. Das ist Moonlight. Also Thomas, das ist Thomas. Beste Freunde, Pokémon, Mining. Beste Freunde. So ein lustiger Herr. Den habe ich mal bei einem Raid getroffen. Gefragt, ob ich ihn adden kann. Er hat gesagt, nee, nee, lass mal. Muss nicht sein. Und dann irgendwann habe ich nochmal einen Raid gemacht. Da war der dann auch in der Lobby. Und da habe ich über dieses Feature ihm einfach eine Anfrage geschickt. Und er hat die auch angenommen. Letztens habe ich einen Raid gemacht mit Pupsi. Da ist er so vorbeigelaufen und gefragt, ob er auch mit in die Lobby darf. Ich habe gesagt, ja klar, gerne. Zack. Und jetzt sind wir beste Freunde. Wo wir uns nur zweimal im Leben gesehen haben. Rudeltino, beste Freunde. Strubbelmütze. Beste Freunde, VIP, beste Freunde. Das ist Tote Oma. Baumenten. Hyperfreunde. Himmel mit P. Hyperfreunde. Leon. Hyperfreunde. Pogo for Future. Hyperfreunde. Viele Leute, die da mit VIP gekennzeichnet sind im Spitznamen, sind Leute, die mir schon mal ingame ein Ticket gegiftet haben. Habe ich nämlich gedacht, die Leute, die halt Geld ausgeben dafür, dass ich eine Forschung kriege, die ich verfilmen muss, um die euch zu zeigen, das sind VIPs, weil die sorgen dafür, dass Videos kommen über die Forschungen, die ihr nicht habt, wenn ihr kein Ticket habt. Dann sind wir auf Seite 2 gekommen. Verschicke 10, fange 15, entwickle 3 und auf Seite 3 lande 3 großartige Würfe, fange 15 Feurige, entwickle ein Igge Lava. Da müsste ich jetzt aktuell sein, wenn ich rübergehe und hier mal schaue auf Seite 3. So, entwickle ein Igge Lava. Das wollen wir jetzt mal machen, denn ich habe, wie ihr seht, sogar ein Shiny bekommen. Ich will mal ganz kurz, Alter, 0, die Konzentration, und Feurigel. Das heißt, ich habe jetzt noch 40 Feurigel auf der Hand. 10 musste ich ja verschicken, irgendwas. Ein Shiny ist dabei. Dieses eine Shiny möchten wir jetzt bewerten. 0 Sterne. 0 Sterne. Da brennt nichts. Das werden wir jetzt für die Aufgabe einmal durchentwickeln, dass wir die Aufgabe fertig haben, weil das ist wie der allererste CD, den ich je hatte. Der allererste CD war damals mit Pikachu. Und ich habe in den 3 Stunden Lokmodulen ein Shiny Pikachu bekommen. Bei Dratini auch. In 3 Stunden ein Shiny Dratini bekommen. Ein Bikini bekommen. Genau. Und jetzt am Feurigel-C-Day auch. Ja gut, nicht in 3 Stunden, aber in halt ein paar Minuten. In 20 Minuten oder was weiß ich, keine Ahnung, was das war. Ein Shiny bekommen. Und das ist jetzt extra für die Aufgabe. Das ist mit Lohe Kanonade. Das hat 0 Sterne. Jetzt gehen wir wieder rein. Holen hier nochmal Bonbons ab. Haben hier noch eine Begegnung wieder mit Feurigel. Das hat 398. Ich weiß leider den Wert nicht aus der Aufgabe. Das hat 3 Sterne. Das ist okay. Ich hatte mir hier aber eins markiert. Das hat 3 Sterne. Das ist ein 98er. Das habe ich mitgekriegt noch. Ein 98er. Das könnte man ja vielleicht auch mal durchentwickeln, aber muss man eigentlich auch nicht. Also, ich mache damit eh nichts. Ich sage, wie es ist. Ich schmeiße die alle komplett weg. Die Feurigel. Ich schmeiße das Tonubto weg. Ich muss noch für Showcases mal gucken. Hier haben wir jetzt ja am Ende. Haben wir nochmal Staub. Haben wir ein Rocketradar. Da ist ein Igelava drin. 681. Zählt das? Das zählt, glaube ich. Dann drücken wir uns kurz durch. Nehmen auf der letzten Seite noch die Bären, die Bälle. Nochmal eine Begegnung mit 412. So. Und hier müsste ein fertiges, fettes Tonubto drin sein. Drei Sonderbonbons. Das sieht doch gut aus. Da probieren wir jetzt auch mal, wenn wir die gelben Bären nehmen, ob das passt. So. Wir haben natürlich nicht getroffen. So. Jetzt haben wir großartig. Und es ist drin. Das heißt, wir werden auch mal kurz das Igelava aus der Aufgabe. Zwei Sterne. Das Feurigel. Drei Sterne. Und hier das Tonubto. Auch drei Sterne. Hat auch lohe Kanonade. Was wir noch machen müssen. Mal XXL. XXL eingehen. Da haben wir hier noch ein Feurigel XXL. Was wir mitgenommen haben. XL haben wir eins. XXS haben wir keins. XXS haben wir Feurigel und Igelava. So. Das Shiny habe ich euch gezeigt. Was kann man noch zeigen? Man kann noch zeigen die, die hier rumsitzen. Pass auf. Ach ne. Das ist fertig. Befristete Forschungsschmorene Schritte sehe ich gerade. Das war auch eine Forschung, die jeder hat. Da ging es da um die Eier ausbrüten. Das ist fertig. Das können wir jetzt noch ganz kurz abholen. Hier ist noch ein Schneckmark drin. Dafür, dass heute jetzt keine große Ausbeute da ist. Nehmen wir einfach hier die Encounter aus dem Zeug noch mit. Und bewerten die. So. Eins, zwei, drei. Drück doch mal rauf hier. Schneckmark. Was für ein heftiger... Irgendwas. Wenn das Hirn aussetzt, dann ist egal. Einfach dann irgendwas. Das reicht schon. Schneckmark. Schneckmark als Shiny sieht eigentlich richtig cool aus. Weil das ja so grau ist. So. Und jetzt habt ihr hier auch nochmal 2000 EP. 1500 Staub. Und eine Begegnung mit Tortonator. Den finde ich ja schon irgendwie dreist, dass der da so seinen Rücken zu... Wendet. Und sich sagt... Joa. So, die müssen wir jetzt auch bewerten kurz. Sollen wir mal hier schauen. 10, 10, 10. Das ist eigentlich ein Sammlerstück. Das musst du aufheben. Das ist alles nix. Da ist ein 96er. Hier, das hat wenigstens 15 Angriff. Jetzt habe ich Freunde gezeigt. Ich habe das Shiny gezeigt. Und was wir immer am Ende noch machen. Wir drücken jedes Feurige, was hier zu Hause sitzt, noch an. Vielleicht kriegen wir noch ein Live... Vielleicht kriegen wir noch ein Live-Shiny mit. So. Einmal hier. Also verzeiht mir bitte, dass ich jetzt nicht eine Stunde unterwegs war und eine Stunde gestreamt habe. Und eine Stunde geredet habe. Und eine Stunde da draußen mit dem Handy alleine. Und in der weiten Welt. Und alle gucken und so. Das ist mir echt... Ich bin froh, dass ich zu Hause bin. Dass ich mich jetzt gleich wieder hinlegen kann. Ein bisschen. Weil ich muss die Zeit nutzen. Wenn Jonas jetzt gerade noch Mittagsschlaf hat und Pupsi sich ausruhe, dass ich auch ein bisschen Energie tanken kann. Für schlaflose Nächte. Montag soll es ja schließlich in Urlaub gehen. Drei Stunden Donau wird. Keine Ahnung. Was das wird, wenn alle krank sind. Das muss man dann auch mal sehen. Ich habe aber vielleicht trotzdem, je nachdem wie es passt, vor, morgen am Sonntag wenigstens den Chill-Stream zu machen. Also die Raids für Zuschauer mit Evil-Tal am Sonntag. Am Sonntag. Weil da sitze ich ja hier. Da sitze ich ja hier in Ruhe. Da kann ich mir Tee machen. Da sitze ich hier in Ruhe, kann mir Tee machen. Und jetzt muss ich trotzdem mal vier Sterne eingeben. Und so gucken, ob nicht doch irgendwo ein Hunderter dabei war bei den ganzen Dingern. Nee, war es nicht. Und ach komm. Die Feu-Riegel. Ah, den kann ich auch nicht wegwerfen. Ich muss ja noch für ein Showcase. Aber wo ist denn hier das eine Ding da? Das war ein 98er. Ist das das? Das war ein 98er. Komm, wir entwickeln das jetzt aus Spaß einfach trotzdem nochmal durch. Also obwohl ich heute jetzt nicht eine Stunde unterwegs gestreamt habe und draußen war, möchte ich für euch trotzdem dieses Video an dem Samstag hochladen. Mein Sonntagsvideo verschiebe ich auf Montag. Das Montagsvideo verschiebe ich auf Montag die Woche danach. Und würde am Sonntag vielleicht trotzdem Rates für Zuschauer machen. einfach entspannt hier sitzen mit einem Boddich Tee. Einfach nochmal Tschüss sagen, bevor man Montag dann in den Urlaub versklavt wird. So ungefähr. Jetzt ist es 14.56 Uhr. Vielleicht schaffe ich das sogar bis 15 Uhr noch hochzuladen oder auch nicht. Dankeschön an Henry Niki auf jeden Fall für das Ticket. 1, 2, 3, 5. Hat nicht geklappt. Hätte eine 4 sein müssen. Das war die Ausbeute. Das war ein Shiny beim Feuerriegel Community Day Classic. Das waren die Aufgaben. Ich hoffe, das war okay, dass die Leute, die da gelevelt haben, wenigstens auch angezeigt wurden. Dass die nicht da untergehen. Muss ich mal gucken, wie ich es mache. Schreibt mal rein. Wie war eure Ausbeute? Wie lange habt ihr gespielt? Was habt ihr gefangen? Waren Hunderter dabei? Waren Shinies dabei? Wie viele Shinies waren dabei? Habt ihr Chinesen gefangen? Genau. Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.